Michi, was er ist? Michi, was er ist? Michi, was er ist? Oh! Ist dich gezählt? Ja, passt mal! So! Wie ist die? Wie ist die? Ja? Hallo! Ihr kleiner Pär! Ich drehe ab! Oh! Ich schau ein Mann hin zu, wie er runter geht! Da hat sich immer so Wurst los! Da hat sich immer so Kopf was von der Kramer! Was? Wer ist los? Der Peter! Na, der Peter! Der Peter! Nein! Mein Anwalt! Der Rudi! Kramer! Der Oberschillvertretter! Rudi! Kramer! Lige hoch! Ja? Der hilft mir! Ja! Und den Penner, der sagt wir auch ein bisschen! Der Peter Kramer! Der hilft mir! 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 Der ist auf der Bierglaubt zu red für die aber was? Mit einer Weintraube? Oder? Der Kramer ist doch nicht da! 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 Gute! Gute! Ach, gehen wir rein! Mein Anwalt muss anwesend sein! Der kommt schon! Ah, ich komm gleich schon! Ach so! Hüfter! Wo ist dein Anwalt? Ja, schau! Wo ist dein Anwalt? Ja, schau! Warte mal! Hey, du musst alles holen! Ja! Muss ich das Mandat breiten! Weil deine Frau mitbeleidigt ist! Na, muss ich das Mandat breiten! Ah! Hey, Oma! Scheiße! Ja, ja! Oh, 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 oh! Jetzt eine Formel! Das hilft ja nichts! Das ist der Restmüllcontainer! Ah, hab ich schon gesagt! Du musst zwei Pfosten! Und ich komm nicht als Einling zu dir! Weil die Abhängen keimen zwar ist nicht Pfosten! Nein! Das ist der Wasi, ey! Nein, bin ich grad einzogen! Das ist der Rest! Wollst du nicht ausziehen! Nein! Wohin? Das ist nicht nur Wurst! Ich bin grad einzogen! Ich kann nicht schon wieder ausziehen! Ich bin zu einer zwei! Das Restmüllcontainer! Warum gibst du dir doch selber ein Rest? Sehr! Das ist für deine Mutter ein Rest! Nein! Sag mal! Ich sag dir nur was zu sich selbst! Ich mein, das ist nicht böse! Aber ich hab dich selber eben fühlt wie die Mutter! Das ist jetzt recht, ja! Weil in der Zeit, in meiner Zeit ist, ist recht! Es ist in meiner Zeit ist recht! In der Zeit... Als ich blieb noch in meiner Zeit gibt... ...as du erinnerst... Was für ihn ist denn so? Also... Ich war mal da! Ich komme sie als sehr! Alles was ich knapp war, was ich schreck! Ich lieb dich zum Mann! Hast du dir schon... Aber weh! Ich hab' die Gänse dich! Mit? Ja... Das ist das, was du immer nach oben aufs Nasen hast du dich inlegt. Ja, weil ich hab noch keinen Antrick am Rädern. Das ist passiert mir nicht. Nein, das ist ein Vorteil, weil du kannst nicht antrickern. Du, du trägst es da und du hast es da noch. Wer trägt jetzt noch einen Auge? Ich träg jetzt was an und ich hab keinen. Das ist bei dir schon was. Nein, darum hast du einen Vorteil, da kannst du es besser sagen. Ja, und bist du mehr an? Nein, das ist... Ich schluck dir das vorher schon auf. Nein, das hab ich jetzt auf. Aber jetzt sollten wir aufhören zum Rehmeistern. Ja. Hinter dir. Das ist Wetter mit der Nummer. Das kann ich nix. Naja, das sagen sie alle. Nein, fürs Wetter können wir nix. Ja, für das tun mich ich wieder rechtfertigen. Nein, aber fürs Wetter können wir nix. Ich versetze.